So, hier haben wir zwei von unseren Intensiv-Trainees. Wie ist es euch denn bis lang ergangen? Ihr seid ja jetzt schon eine Zeit lang auf der Intensivstation. Was habt ihr schon so mitgenommen? Ja, da steige ich einfach mal ein. Ich bin die Julia, befinde mich jetzt schon in meinem zweiten Intensiveinsatz, und zwar auf der konservativen Intensivstation. Konnte bisher schon einiges mitnehmen, sowohl über den neurochirurgischen Bereich, als auch hier auf der konservativen Intensivstation, die innere Medizin näher kennenzulernen. Vor allem dort Notfallsituationen mit zu organisieren, sich am Patienten, an einem Intensivpatienten, seine Arbeit zu strukturieren und zu organisieren und viele verschiedene Krankheitsbilder kennenzulernen. Und ja, ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Wie ist es so bei euch jetzt auf der Station angekommen, so als Trainee? Was habt ihr da so für ein Feedback bekommen? Also ich muss sagen, bisher ist es super gelaufen. Ich hatte bisher immer einen Mentor an meiner Seite, wo ich nie das Gefühl hatte, wenn ich eine Frage stelle, dass es lästig ist oder so, sondern eher, dass eben direkt darauf eingegangen wird und man in Kontakt geht und ja, da nochmal ein bisschen in die Tiefe geht und Dinge klären kann. Was könnt ihr denn anderen mit auf den Weg geben, sich als Intensivtrainer hier am Klinikum zu bewerben? Also ich finde einfach, wenn man gerade von einem anderen Haus kommt und noch nie auf einer Intensivstation gearbeitet hat, ist das der optimale Einstieg. Man wird nie allein gelassen, man hat immer jemanden an der Hand und man bekommt wirklich alles bis ins kleinste Detail erklärt und deswegen kann ich das Leben nur empfehlen.